Das ist Naruto. Obwohl es kein Sundheitsansagerkontakt über 16%. Ah, da wollte jemand sein. Das ist ein Zwischendrein. Was für ihn klingt, das ist ein Zwischendrein. Das ist ein Zwischendrein. Aber das ist ein Zwischendrein. Das ist ein Zwischendrein. Das ist ein Zwischendrein. Wir müssen sicher gehen, dass wir auch wirklich... Ha. Den ihr Weltzeit-Leistungen wegkommen. Was ist sowas? Ja, aber jetzt können wir hochwertigere, die jetzt... werden, wenn wir dann die wollten. Ja, aber eigentlich reicht Stufe 3. Wir haben ja keine weiteren Items. Also ich benutze eigentlich nur die Heil-Items. Das war's. Mehr bräuchte ich nicht. Das war's. Das war's. Broder. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Naruto, ich bin zurück zum Meister. Ich werde deine Geschichte sehen. Ich weiß, dass du ein Meister wirst. Du bist mein Juniur. Ich bin, nach allem. Ich folge den Weg der Frieden, bis zum Ende. Naruto, Sinai. Nagato. Du bist okay, Naruto? Ja, was für dich? Als Kieler B, ich bin so gut wie ich kann. Das Reanimation Chutsu ist das Schlimmste. Ich werde dich kämpfen, Leute, die du nicht möchtest. Ich werde das schnell enden. Ich werde einen Stopp in dieser Krieg auf meine eigene. Auf deine eigene? Ja, du hast mich richtig gehört. Lege das Rest zu mir. Ich werde diese ganze Krieg mit mir selbst. Ich werde das nicht mehr zu essen. Du bist so schützt. Ich kann das nicht mehr zu tun. Das ist mein Handeln. Du bist so stärker als vorher. Aber dein neues Kraft hat dich verletzt, was wichtig ist. Erinnerst du, Naruto. Jeder in der Stadt, der einmal te ließ hat, hat sich gefühlt, und erinnerst dich als eines ihrer eigenen. Das ist, dass du dich erinnerst, um andere zu erinnern, dass du sie akzeptiert hast, und du hast alles, um das zu erreichen zu erreichen. Du sagst, dass du so weit bist, dankbar zu anderen Menschen. Aber jetzt, dass du das Macht hast, hast du vergessen, über die anderen. Du hast sich selbst-zentriert, und irgendwann... Du wirst du einfach wie Mathera. Keine Ahnung, wie stark du bist, nicht immer versuchen, alles alleine zu nehmen. Wenn du das machst, bist du garantiert, zu verlieren. Wenn dein Vater Minato war Hokage, deine Mutter Kushina und ihre Freunde waren auf seinem Seite. Ich weiß, dass du das gleiche Träume hast als dein Vater. Also, das nicht vergessen. Ich hab dir das gemacht. Aber das einfach als Hokage zu werden, das nicht alles zu verlieren. Alles zu verlieren, das alles zu erhalten. Keine Ahnung, deine Freunde. Ich habe immer wieder die Aufmerksamkeit. Ich habe eine Worte zu zu den Iruka gemacht. Ich habe ihm gesagt, dass ich immer deine Handel habe. Vielleicht... ich dachte zu viel über was ich brauchte. Hm. Ich weiß, dass du was es braucht, um zu stoppen Sasuke zu lassen. Geh mir an meinen Bruder, Naruto Uzumaki. Ich bin auf dich. Hold on einen Moment! Du kannst du jetzt nicht sehen Sasuke? Das ist deine Chance! Nein, als ich versucht, es sich selbst zu machen, habe ich verloren. Diese Zeit, werde ich es mit dir, mein Freund. Wo gehst du? Ich habe etwas, was zu machen. Ich bin Angst, dass wir hier unsere separatee Weg gehen. Hitachi. Killer B, mach dich von Naruto. Ich habe seine Brüche! Wir besser gehen gehen, Octapops. Wo bin ich? Huh? Bist du nicht der Zweig, Tsuchikage? Und der Raikage, auch? Was machen alle meine Beine hier? Und ihn? Wer ist dieser Mann? Ich bin der vierte Kazukage. Der vierte, oder? Ich weiß nur von denen, bevor du deine Generation. Ich weiß dich. Du, du bist der einzige, der kann benutzen Magnet-Relees zu generieren Gold-Dust. Und ich habe gehört über dich. Deine legendarischen Herói-Diensten und speziellen Abhängigkeiten. Der zweite Suchikage, Mu, kann die Natur der Wind, Erde und Feuer einmal mit Partikel-Style benutzen. Der zweite Mizukage, der Hozuki-Klan, bekannt für seine Wetter-Style und Gentschutsu-Richt. Und der dritte Raikage, mit unglaubliche Kraft und eine kraftvolle Speer und Schild. Each von euch ist ein großartiger Ninja mit einem Ort in der Geschichte. Der zweite, der dritte, und sogar der vierte sind hier. Hmm, was könnte das hier sein? Der zweite Hokage ist hinter dem, um die Todes aus dem Unterwelt und sie zu verbreiten. Ihr seid hier alle, gegen Ihre Wille. Also, das ist alles, was es geht um. Und das ist nicht gut, schuldig, schuldig von seinem. Ich habe mich für den zweiten Hokage, aber ich kann nicht sehen, dass seine Presence hier ist. Ich fühle mich etwas vor. Es ist das gleiche Chakra wie dieser neuen Klan, zusammen mit einem großen Gruppen. Das gleiche Chakra ist mein. Das kann nur nicht sein. Ich habe mich entschieden, um in der Kampf zu sein. Es gibt keine Chance, um zu riskieren, dass du hier zurückkehren kannst. Wer denkt du mich aus? Wann hast du dich alle selbst verletzt? Ich bin hier, um mich wieder zu holen. Es ist fast Zeit. Genau. Es scheint, dass der andere Seite bereit ist. Ich könnte mit den Ninja aus anderen Vilden. Aber ich werde mich selbst verletzt. Ich kann mich nicht behalten. Schauen Sie auf der brillante Seite. Ich bin sicher, dass die Leute unserer Vilden, müssen sie stärker werden, als wir alten Menschen. Ich hoffe, dass du richtig bist. Ich bin sicher. Es ist lange Zeit, Mu. Es scheint, dass du zu einer alten Zeit bist, Juno. Dank der Particle-Style, ist es? Gaara. Ich habe das Gefühl, dass du hier wärst. Aber ich habe nie gedacht, dass du so ein Armee stehst. Ich bin nicht mehr mit mir. Ich bin nicht der Jinchuriki, der du damals hast, Vater. Was? Du hast mich ungefähr sechs Mal verletzt. Und ich habe Angst, dass du alle, wenn du versucht hast. Aber ich fühle mich keine Angst vor dir. Ich verstehe, was du zu tun hast. Ich verstehe, was du zu tun hast. Jetzt bin ich Kazekage. Es ist meine Aufgabe, als Leiter zu eliminieren. Und zu schützen. Und zu schützen meine Stadt. Du bist... Kazekage? Das ist unmöglich. Ich wusste, dass ich noch nicht was es gemacht hat. Das ist nicht alles. Er ist auch der Kommandantin von der NINJA-Allianz-Fortschritte. Das erklärt das. Ich wusste, dass es wundere, so viele Typen von Chakra aus den ganzen Stadt. Ich habe nie gedacht, dass ein NINJA eine Allianz-Fortschritte sein könnte. Gara. Du bist in dieser Welt zu sein, um ein Vessel für Shukaku zu sein. Aber es gab keinen Ende zu deinem Verletzungsverhalten. Also, niemand konnte dich vertrauen. Du bist in der Dunkelheit. Und dein Leben war kein Wert für mich. Du bist in der Dunkelheit. Vielleicht hat diese Reanimation Chitsue ein wenig an, als er immer so. Ich würde mich selbst wiederholen, was es wirklich wert ist. Ich würde mich selber noch nicht erwarten. der Partikel-Style. Ich werde meinen Vater stoppen, und wir bleiben den Rest des Kage, bis zur Allianz. Sobald ein von uns ist frei, müssen wir helfen, unsere Alliäte zu eliminieren den anderen Kage. Das klingt wie ein Plan, aber die ersten Dinge, ich muss den den vor mir machen. Hier geht's. Na dann mal los, mehrere Kämpfe hintereinander. Als erstes kämpft er zu Chicago gegen den zweiten zu Chicago. Ja, das ist ja schon mal eindeutig. Kampfgewinn, Gesundheitsanzeige konstant über 60%. So, mit dem Ultimative haben wir uns auch gleich. Ja, damit er das... Ich hab's dann nicht geheißen. Äh, was war ich eigentlich? GMAG! Eine Seite... Den Kollegen haben wir schon mal mitgebracht. So, einer weniger, drei bleiben. So, gleichzeitig der nächste Kampf umso besser. Keine Zeit für Cutscenen. So, Gaara gegen den vierten Kasikaga. Ja, ich glaube dieser Gaara ist deutlich stärker. Ist ja auch der vom Ninja Weltkrieg. Gegnerverteidigungsstärke wechselt plus 5 und Gesundheit unserer Jungs stärker. Ah, der. Kann doch ein bisschen schwieriger werden als gedacht. Ja, das Yaku ist aber erstmal fett stark. Okay. Nicht schlecht wirklich. Wir wollen sicher gehen. Nein. In dem Moment setzt er natürlich noch das ein. Aber jetzt haben wir gewonnen. Ja. Damit haben wir den nächsten auch erledigt. Jetzt sind schon zwei gefallen. Jetzt fehlen nur noch zwei. Nein. Also, die Elfer haben wir. Aber leider keiner... Ach, auch. Ja. Aber leider keiner... Linienweltzeit da ist. Schade. Schade, schade, schade. Ja, jetzt kommt leider Katze. Ich schwöre so. Er wird das lange lange Zeit, ey. Entschuldigung. Ich bin falsch zu sagen, dass du kein Wert bist. Dein Leben ist nicht wert, Gaara. Die Krieg hat das sehr klar gemacht. Ich sehe Tausende, Tausende, Tausende von Harts und Minden, die in dir glauben. Gut gemacht, Gaara. Jetzt bist du nicht ein Ninja von kein Wert. Du bist ein wunderbarer Kazekage. Arthur. Du hast uns sicherlich verabschiedet. Und ich kann auf dich beschädigen, Gaara. Beschädigen die Stadt, Gaara. Mach mich stolz. Herr, die Begründung ist. Herr Kazekage? Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist ein schlechtes Gefühl. Alle warten. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Vielen Dank.